Hallo zusammen! Ein Dreher in Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelben Flaggen! Mika Thalo! Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelben Flaggen ist aus dem Rennen, irgendwo im Streckenabschnitt 1. Achte auf die gelben Flaggen ist aus dem Rennen. Das war ein Rennen, aber auch nicht. Das war die gelben Flaggen! Und das ist wie ein Rennen, von einem Rennen. Also, die gelben Flaggen sind aus dem Rennen. Das war die gelben Flaggen. Und dann kommt das Rennen. Und dann kommt das Rennen. Trolley! Ist jetzt 12. Weniger als 3 Sekunden vor dir. Du bist jetzt 13. Sie hat sich an die Spitze vorgearbeitet. Schumacher hat die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Ist jetzt 10. Direkt vor dir. Du bist jetzt 11. Die Führung übernommen. 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 Oh nein! Ist jetzt 6. Direkt vor dir. Du bist jetzt 7. Das ist die letzte Runde. Nicht anhalten! Gut gemacht! Du bist gerade die schnellste Runde dieses Rennens gefahren. Bpresse Telefonnummern. Bpresse Telefonnummern. Ralph Schumacher. Hat sich an die Spitze vorgearbeitet. Humatter Hat seinen Front-Spoiler verloren. Humatter Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 3. Humatter Gratuliere, du hast das Rennen gewonnen. Humatter Wurde Zweiter Werfen wir nun noch einen raschen Blick auf das offizielle Ergebnis.